Ich bin Harald Funk, ich bin Erdbeerbauer, habe Selbstflugfelder in Sachsen und darüber hinaus und wir fahren eben zu unseren Feldern hin, wo die Leute sind, die wir erreichen wollen, weil wir Leute zum Selbstpflücken brauchen auf unseren Selbstflugfeldern und deshalb fahren wir eben mit unseren Maschinen die weiten Strecken zu den Leuten. Also beim Unimog hat man, finde ich, einen sehr guten Fahrkomfort, man kann lange fahren und ermüdungsfrei und bequem sitzen, also es ist ein einwandfreies Fahrzeug für lange Strecken. Ich fahre von Feld zu Feld und ich kann meinen Reifendruck anpassen mit der automatischen Reifendruckregelanlage, so wie ich ihn brauche, aus dem Fahrerhaus und geht auch schnell und zuverlässig. Ich habe 4.000 Liter Tank drauf, das geht sonst bei keinem anderen Fahrzeug, 4.000 Liter 18 Meter breit, also es ist einfach ein niedriger Schwerpunkt und das beste Fahrzeug dafür. Und dann passt der Unimog perfekt zwischen den Erdbeereien ein. Und der Unimog ist einfach ein zuverlässiges Fahrzeug, ich brauche mich nur reinsetzen und kann mich darauf verlassen, dass der mich sicher an mein Ziel bringt und fühle mich einfach gut aufgehoben da drinnen, der Kabine und dem ganzen Fahrzeug.